Hier ist mein kleines Paradies, eine grandiose Finca im Südosten dieser wunderschönen Insel, ein exotischer Garten mit Palmen, Pool und immer das Meer in spürbarer Nähe. In diesem Paradies treffen sich zweimal im Jahr eine Handfolge Tarnverrückter, um entspannt Musik zu machen, zu chillen, zu jammen, zu genießen oder einfach nur die Insel gemeinsam zu entdecken. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Nach dem Unterricht am Vormittag machen wir oft gemeinsame Ausflüge, zum Beispiel nach Palma in die Werkstatt von Paco de Lucias Gitarrenbauer oder einen Segelausflug entlang der traumhaften Küste mit Badestopp und Picknick oder wir spazieren einfach nur an den nächsten Traumstrand. Untertitelung des ZDF, 2020 Wenn die Sonne langsam untergeht über der Insel, ist auch die Nachtigall wieder da. Man sitzt zusammen, kocht gemeinsam, holt die Gitarren nochmal raus und genießt einfach diese atemberaubende Stimmung. Und? Wann kommst du mit ins Paradies? 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 Vielen Dank.